Okay, warte, ich hab einen Plan. Ich hab einen Plan, komm hier rein, wir verstecken uns. Entschuldigung, ich muss nicht die ganze Zeit reden. Ist in Ordnung, du kannst ruhig reden. Jetzt gehst du doch wieder weg. Oh, ich bin runter. Entschuldigung, ich muss von vorne. Was war das denn gerade? Schau mir einfach zu, ich mach dir jetzt alles so. Okay, das war einfach nur, das war, weiß ich nicht, was das war. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Runde Skywars, heute mit Lord Zombie. Hallo, das bin ich. Das bist du, wir sind hier auf der Map, Chips unterwegs und töten Leute, ne? Ja, und ich hab das Zauberer-Kit. Du hast das Zauberer-Kit? Weil ich so magisch bin. Ich hab das Starter-Kit, weil ich keine Kids hab. So sieht's aus. Ah, dafür spielst du doch so häufig Skywars. Ich spiele so häufig Skywars, das ist echt lächerlich. Also ich noch kein anderes Kit habe, das stimmt. Da hast du wohl recht. Ach, der in der Mitte schon wieder mit seiner Dia-Rüstung. Vielleicht muss ich echt das Tank-Kit einfach nehmen. Also mit dem Tank-Kit kann man gut gewinnen. Mit dem Tank-Kit? Ja, das ist mir ja volle Dia-Rüstung von Anfang an. Ja, das stimmt. Ich baue mir mal eine Angel und werde dann Leute runterangeln, denke ich. Und vielleicht ein kleines Schwert noch. Okay. Hast du noch was in den Kisten gehabt, oder war es das jetzt irgendwie... Ich bin schon rüber. Wie, du bist... Du, wo, 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 wo? Ach da, oh, okay. Oh, warte, ich komme. Ich steig noch in unseren... Ich hab noch keine Blöcke mehr. Eins. Ich hab noch 28, warte, warte, warte. Ich hab noch ein paar gefunden. Ich hab noch niemanden gesehen, der sich von Schiff zu Schiff baut. Das ist krass. Hä? Warum nicht? Weiß ich nicht. Ich hab irgendwie das Gefühl, das macht niemand. Und wir haben außerdem eine Kiste auf unserer Insel übersehen. Auf unserem Schiff. Okay. Da oben. Ich kenn die ja, aber ich hab sie nicht mitgenommen. Mist. Ach so. Mist. Aber hier war noch Zeug drin in der Kiste. Das ruht ich gerade fleißig. Okay. Wir brauchen eigentlich nur ein Diaschwert. Dann kann ich's verzaubern. Cool. Ein Diaschwert. Dafür brauchten wir eine... Oh, ich hätt mir ne Spitzhacke machen können. Ne Eisenspitzhacke. Ja. Ich hab nicht mitgedacht. Hast du noch Eisenbarren oder sowas? Ne, gar nix. Du hast gar nix. Wollen wir einfach mal hier hochgehen und dann den Leuten hinterher schrumpfen. Wo sind denn die Besitzer von dem Schiff? Ach, die sind da hochgegangen. Die sind da schon hochgegangen. Guck mal. Und hier gibt es noch ein Sharpness-2-Schwert. Cool, die haben auch nicht gelootet. Und ne Hose. Die wollten einfach direkt in die Mitte. Und ein Splash. Warte mal. Splash-Potion. Splash. Splash. Kommst du? Ja, ich komme. Bin hinter dir. Okay, warte. Ich tu einen Wassereimer in die Hand nehmen. Jetzt spüle ich die alle runter. Okay, let's go. Guck mal. Oh Gott, ich bin fast runtergefallen beim Sprung hier. Funktioniert das? Da ist schon jemand gestorben. Der hat ein paar Sachen dabei. Guck, der steht da und denkt sich nur, geil, der hat einen Wassereimer hingesetzt. Und jetzt nehme ich den hoch. Jetzt kann er nicht hochschwimmen. Der hat gar nichts an. Guck mal, den können wir zu zweit locker wegmachen. Wollen wir draufgehen? Wir hätten Diaschwert, Alter. Der macht uns kaputt. Wir haben aber zwei Woodness-Schapness-Woodness-Schwerter. Nein, 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 wir müssen auf die passende Situation warten. Wir müssen ihn verwirren. Der hat außerdem nicht mehr Rüstung an. Das heißt, der stirbt sowieso sofort. Wenn wir uns jetzt nicht beeilen, hat der Equipment. Woher soll der jetzt Equipment bekommen, bitte? Da unten liegt welches? Da unten liegt ganz viel. Siehst du es? Okay, jetzt. Dich überredet? Okay, gut gemacht. Jetzt ist der Diahem schon mal weg. Ich habe aber die Diahosen. Sehr gut. Wir haben gewonnen. Nein. Doch, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Guck mal, so easy geht das. GG. Ey, siehst du? Das ist okay. Das habe ich jetzt vielleicht ein bisschen überschätzt, die Situation. Aber gut, wir haben gewonnen. Ich würde sagen, da die Runde ja... Wie lange hat die gedauert? Zwei Minuten? Ich würde sagen, wir machen noch eine hinten dran. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. So, da wären wir auf Akakia oder Acacia. Ich weiß ja nicht, wie man das ausspricht. Was meinst du? Akakia. Akakia, okay. Bleiben wir dabei. Wieder eine kleine Map. Das wird gut. Hast du Rüstung gefunden? Ich habe echt kaum was an. Okay. Also quasi nichts. Ich bin in der Mitte. Du bist in der... Wie? Hä? Es gibt eine Schutzzeit? Es gibt eine Schutzzeit in der Mitte. Es gibt eine Schutzzeit. Warum gibt es eine Schutzzeit in der Mitte? Es gibt überall Schutzzeit. Du bist einfach rübergelaufen. Na toll, was mache ich jetzt hier? Hä, ich habe eine Enderperle rübergeworfen. Ja. Warte, 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 warte. Wie lange ist noch Zeit? Bis sich der andere da hochgebaut hat. Hat der keine Lust, mit mir zu kämpfen? Nee, der hat keine Lust, mit dir zu kämpfen. Warte mal, ich muss mal dir hinterherkommen jetzt. Irgendwie ist das gefährlich, Mann. Kannst du doch nicht einfach davonfliegen. Ist da noch jemand? Lebst du noch? Ist irgendjemand runtergefallen? Ich sehe da jemanden fliegen unter mir. Mit mir geht es noch gut. Dir geht es noch gut? Der da oben wartet mit seinem Dia-Equipment. Okay, ich bin gleich bei dir. Hä? Okay, gut, 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 gut. Ich brauche Hilfe. Ja, ich hilf's gerade. Okay, gut. Du machst das. Oh, du bist... Tankett. Tankett. Ich habe ihn. Tankett hat gewonnen. Du hast ihn. Komm mal her. Okay, ja. Okay, halt rein. Okay, super. Ich brauche nur noch... Warte mal, ich brauche was zum Anziehen, glaube ich. Hast du was dabei? Ja, warte, ja, ich werfe dir was raus. Okay, sehr schön. Ich stehe hier und halte Ausschau. Super, da ist jemand runtergefallen gerade. Hast du das gesehen? Oh man, diese Leute. Und ein Dia-Helm. Perfekt. Bin ausgestattet. Außer ein Schwert. Das hab ich nicht. Du hast kein Schwert. Kein Schwert. Ein Holz-Scharpenes 2. Das ist besser als mein Gold-Scharpenes 1. Vielen Dank. Ist auch eine Dia-Axe mit Effizienz 1. Da ist jemand. Hier ist er. Ja. Ich habe wieder nichts gemacht. Den ganzen Kampf über. Oh, der hat ein Dia-Schwert gedroppt. Richtig gut. Ein richtig gutes? Okay. Ah, ich brauche noch mehr Level. Ich brauche noch mehr Level. Warte. Okay, jetzt. Jetzt hast du alles, was du brauchst. Okay. Knockback und Scharpenes 1 Dia-Schwert. Sehr geil. Hast du noch ein anderes? Nee. Ich habe mein Steinschwert. Ich habe mein Scharpenes-Steinschwert. Achso. Nee, das brauche ich nicht. Du kannst in die Kisten hier reingucken. Obwohl, ist das besser, wenn man Scharpenes 2 hat? Ah, nee, ist der Scharpenes 1. Jetzt habe ich ganz viele Diamantsachen, aber kein gutes Schwert. Mist. Wollen wir einfach chillen? Ja, wir können einfach chillen. Hast du was zum Werfen? Hast du ein paar Eier? Ich will, dass der Typ da oben weggeht erstmal. Also, der baut sich ja schon langsam weg. Deswegen. Ob du was zum Werfen hast, dann könnten wir ihn einfach runterkicken oder so. Achso. Äh. Nee. Nee, hast du nicht. Okay, dann nicht. Das brauchen wir auch gar nicht. Wir haben ja gar nicht nötig. So, was gibt es denn noch? Was kann man sich denn jetzt hier noch so bauen? Schönes. Ich habe ein Wasser. Ich bin tot. Wie kam der auf einmal auf unsere Insel? Das war der, der die ganze Zeit da oben gekämpft hat, glaube ich. Ja, ja. Echt jetzt? Dann habe ich einmal nicht aufgepasst. Nee, doch nicht. Doch nicht. Das war einer mit einer Enderperle oder so. Aber ich habe ihn getötet. Du hast den Knockback-Schwert hat ihn einfach weggeworfen. Mann, oh. Wieso bin ich immer der, der sofort stirbt? Weil du nicht das Knockback-Schwert hast. Ja, ich habe das nicht. Ich habe das nicht. Okay, dann. Warte, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf... Kannst du ghosten? Kannst du mir zusehen? Ja, ne? Ja, ich kann ghosten, aber ich sage nichts. Sag nur, wenn es gefährlich wird, okay? Sag mir, wenn er umdreht. Der dreht nicht um. Der ist einfach nur da oben und chillt. Oh. Oh, das wird heftig. Vielleicht auch doch nicht so heftig. Ey, wenn er dich jetzt runterhaut. Er hat es nicht mehr geschafft. Er hat es nicht mehr geschafft. Nicht? Oh. Nee, er ist runter. Aber da ist jemand im Wasserfall da hinten. Oder? Sollte mich hier runterbauen. So. Sehr gut. Noch zwei Gegner. Einer ist im Wasserfall und der andere über ihm. Ist das ein Team? Ne. Hä? Ne. Ich glaube nicht. Doch, vielleicht. Doch, die sind ein Team. Die hauen sich nicht. Aber die haben beide nichts an, also. Ja, aber die müssen erst mal herkommen. Okay. Okay. Gut. Dann warten wir das mal kurz ab. Und hoffen. Okay, du kannst unbeut bauen. Die rennen woanders hin jetzt. Aber das sage ich dir nicht. Das sage ich dir nicht. So, guck mal. Jetzt werden wir auch hochbauen, oder? Ne, die bauen sich jetzt da unten safe, damit sie nicht runtergekickt werden können. Sie schauen dich an. Sie schauen dich an. Ja, ja. Ich weiß nicht, was sie bauen. Sieht eher aus wie so eine versuchte Treppe. Ja. Was auch immer das werden soll. Genau. Ich war einfach höher. Hallo. Oh, warte mal. Wenn ich schaffe, aufs Glas zu springen, dann kann ich den runterkicken. Ja, den hast du schon mal. Ha. Es ist ja super witzig. Und jetzt den anderen. Der hat doch kein Equipment. Den kannst du einfach wegschnetzeln, glaube ich. Hat der sich eingebaut? Ja. Der hat sich eingebaut, tatsächlich. Wie er da steht, der weiß gar nicht, wo du bist. Oh, jetzt hat er dich. Aber ich habe eine volle Rüstung und er nicht. Ja. Glückwunsch zu sechs Kills. Also wirklich. Ja. Das hast du dir echt verdient. Also das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Und, äh, weißt du was? Ich glaube, diese Runde ging auch ziemlich schnell. Hm. Willst du noch eine dritte machen? Müssen wir noch mal Leute töten? Okay. Willst du deinen Killstreak ein bisschen ausbauen? Und dann sehen wir uns in Runde Nummer drei. So, ähm, Labyrinth ist die Map. Und hier kann man sofort runterfallen, wenn man nicht aufpasst. Oh Gott. Alter, ich habe Jackpot. Du hast Jackpot? Was hast du? Ich habe Jackpot. Bergbank, Holz, Diamanten. Fertig. Okay, gut. Dann, äh, Jackpot. Willst du auch ein Dierschwert? Ich will auch ein Dierschwert. Ich will auch ein Dierschwert. Aber erstmal. Oh, ausnahmsweise kriegst du ein Dierschwert. Hier, hab eins gecraftet für dich. Ich habe auch Diamanten. Ich darf es mal neben dich hin. Okay, vielen Dank. Ich ziehe mich kurz mal an. Und, äh, mir fehlt noch eine Hose. Eine Hose. Okay, warte. Vielen Dank, vielen Dank. Super, ich bin bereit. Wir können anfangen. Ich habe eine Lederhose sonst. Da oben ist einer. Guck mal, was will denn, ja? Ach so, einfach kommt man doch... Ach stimmt, da kann man einfach ein Jump'n'Rand hochmachen. Ja, man kann auch einfach die Wände abbauen und dann rüberklettern. Das geht auch alles. Kommst du mit? Äh... Oder du kannst dich auch hochbauen. Ja, warte, ich laufe mal hier lang. Wo bist du denn jetzt hingelaufen? Hier links von mir, oder wo bist du? Ich bin oben auf der Wand. Du sollst auf die Wand hochkommen. Ja, warte doch, warte. So, okay, gut. Ich bin oben. Pass auf, die haben... Die haben Eier, die haben Eier. Die haben Eier. Ach, wir haben auch Eier, wenn sie isen. Ich wollte schon Wintercracker sagen, what the fuck? Wintercracker? Hört mich an wie Wintercracker, oder was? So ein bisschen. So ein bisschen, oh. Hey, das ist aber ganz schön. Na gut. Ist der tot? Nee. Noch fünf Leute sind hier. Oh Gott. Der geht einfach in Spinnenweben rein. Okay, ich bin halb down. Ich bin tot. Ich bin tot. Okay. Hast du den anderen auch noch umgebracht? Ja. Einen habe ich gekillt. Nee, du hast zwei gekillt gerade. Ja, 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 ja. Du hast drei gekillt? Er hat Wasser hingesetzt. Ja, aber er ist gestorben. Ja, ich habe gekillt. Okay, wir haben schon wieder gewonnen, was? Was, ich habe gewonnen? Ja! Du hast schon wieder drei Kills gemacht, oder sowas. Das gibt's überhaupt gar nicht. Mit einem Herz habe ich überlebt. Okay, ähm, okay. Ich bin der Killer. Du bist echt der Killer. Du hast jetzt, glaube ich, insgesamt zusammengezählt. Warte, lass mich kurz rechnen. 360 Kills gemacht. Kann das sein? Ja! Es ist unglaublich. Okay, gut. Dann würde ich sagen, mit diesem Schnitt, ich meine, ich habe nicht viel geleistet, aber das muss ich auch gar nicht. Ich bin ja hier, um dich zu pushen, was? Also, deswegen würde ich sagen, ähm, vielen Dank, dass du, äh, unser Team zum Sieg geführt hast. Ganz alleine. Nein, nein, du hast mitgeholfen. Du hast die Ablenkung. Ich war die Ablenkung, ja, ich, ich, ich war die Beute quasi. Naja, gut. Auf jeden Fall, ähm, schaut auch mal beim guten Lord Zombie vorbei, ne? Und, äh, das Video ist jetzt zu Ende. Drei Runden Spaß war das. Abonniert Isen. Abonniert Isen. Abonniert ihn. Abonniert mich und alle anderen auch, die hier zu sehen waren. Und, äh, ja, das war's. Und alle Videos, die an der Seite verlinkt sind, müsst ihr jetzt anschauen. Ja, stimmt. Da gibt's ja auch immer ganz viele, ne? Ja, aber nur die von Isen. Egal, was da kommt. Hauptsache, die sind von mir. Und positiv bewerten. Und positiv bewerten. Und vielleicht auch irgendwie... Ich will 8000 Daumen auf diesem Video sehen. 8000 Daumen, das ist ein bisschen unrealistisch. Ja, ein bisschen. Okay, okay. Ich rechne auch mit 8000 Daumen jetzt. Also, wenn keine 8000 Daumen kommen, dann lösche ich meinen YouTube-Kanal. Ist klar, ne? Okay. Das ist jetzt die Challenge. Gute Challenge. Das ist eine echt gute Challenge. Ich kann nur gewinnen, aber jetzt. Ja, wirklich. Super. Na gut, okay. Wir sind jetzt am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. Pff.